Der 2000. Nach dem Beobachtung lassen wir die Info über die Siegel nachher ... 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 Normalerweise in der Boxenstraße verhandelt das Team. Ja, das Feld formiert sich und René Haas übernimmt mit diesem Aufblick das Kommando. Und in dem Moment, wo der Endleiter der Meinung ist, dass das Feld in ordentlicher Formation reinholt. In dem Moment wird die Ablauf zurückgeschaltet und dann ist es los. Zum Finale, Hoffenheim, 2022 und Scherber 20. Und auf der linken Seite ist Heidegger weiter gehasst. Und das ist Marco Wittmann mit dem BMW schon vorbei. Einige sind weit ausgetragen worden, aber da hat die Rennleitung wahrscheinlich auch so ein Auge drauf. Denn wir haben Marco Wittmann weit draußen gesehen. Und ich hoffe, dass es da auch kein verrücktes Beschleunigen gegeben hat. Auch Scherben-Vader-Linde ist relativ rasch ausgeschert aus der Standformation, um auch wahrscheinlich die Ampel ordentlich zu sehen. Wir haben es ja von Lamborghini-Piloten gehört, dass es ein Riesenproblem ist, die Ampel zu sehen, wenn du so tief im Auto drin siehst. Zu dritten nebeneinander durch die Parabolika, links innen der BMW von Philipp Eng. Und daneben fächern sie auf. Zu dritten, zu viert nebeneinander der Anflug auf die Spitzkehre auf die Haarnadel. Aber Röderast hat also die Führung nach dem Start sofort verloren. Wittmann, BMW, Rast und dahinter mit der Standnummer 85, Clemens Schmidt im ersten Lamborghini, während im hinteren Feld schon gekeilert wird. Natürlich haben wir... Oh, wir haben den ersten Reifenschaden. Engelhard im SSR Porsche ist betroffen. Und Luki Auer ist an seinen Mercedes-Kollegen natürlich vorbeigezogen. Auer an Engel, an Götz und ich denke auch Marine haben ihn bereits passieren lassen. Luki Auer, also da wird auch schon nach vorne gekommen. also vom Nordspitz in der Mariel